Heute für euch 10 Geschenktipps für Fotografen zu Weihnachten. Los geht's! Nummer 10 Speicherkarten sind das Wichtigste für jeden Fotografen. Man kann nie genug von ihnen haben, denn immer wieder verschwinden welche oder gehen kaputt. Eine günstige und gute Variante findet ihr auf Amazon. Nummer 9 Ein Trinkbecher in Form eines Objektivs. Das ist ein lustiges Gimmick für jeden, der die Fotografie liebt. Der ideale Begleiter im Alltag, um sein Heißgetränk immer ganz nah bei sich zu haben und super aufzufallen. Nummer 8 T-Shirts Fotografen lieben T-Shirts mit speziellen Aufdrucken, wie zum Beispiel Sprüchen oder Symbolen der Fotografie. Bei Spreadshirt gibt es eine unglaublich große Auswahl an Fotoshirts zu günstigen Preisen. Nummer 7 Die 50mm Festbrennweite. Wenn es etwas teurer sein darf, solltest du dir unbedingt das 50mm Festbrennweitenobjektiv sowohl von Nikon als auch von Canon anschauen. Die Preise liegen bei 100 bzw. 180 Euro und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist unschlagbar. Nummer 6 Ein Faltreflektor. Der von Delamax ist besonders nützlich, da er mit fünf verschiedenen Farben ausgeliefert wird. Gold, Silber, Schwarz, Weiß und Diffus können im Wechsel verwendet werden. Das darf in keinem Fotorucksack fehlen und ist besonders bei der Porträtfotografie bestens geeignet. Nummer 5 Ein Toilettenpapierhalter in Retroform. Dieser ist ganz besonders lustig für Fotografen, da er in Form einer Polaroid-Kamera gehalten ist. Wer die Fotografie liebt, der wird es besonders lustig finden, sich sowas ins Bad zu hängen. Für die Besucher bestimmt ein besonderer Spaß, dann auf die Toilette zu gehen. Nummer 4 Ein Fotokalender von mir. Ein bisschen Werbung muss natürlich auch sein. Ich biete mehrere Kalender auf Amazon an in verschiedenen Größen, unter anderem von Berlin und Dubai. Klickt doch einfach mal rein. Nummer 3 Ein Reinigungsset für die Kamera. Jeder Fotograf sollte, nein, jeder Fotograf muss ein Reinigungsset für seine Objektive besitzen. So ist man immer mit sauberen Linsen unterwegs und hat deutlich bessere Fotos. Dieses Set von Hama beinhaltet einen kleinen Pinsel, Wischtücher mit entsprechender Flüssigkeit und einen Blasebalk für grobe Straubkörner. Nummer 2 Schokolade in Form einer Kamera. Diese und weitere Fotografiemotive kann man bei Amazon erwerben und eignen sich auch prima als Nikolausgeschenk. Mit 25 Euro ist der Preis vergleichsweise hoch, aber der Effekt beim Schenken ist dabei umso höher. Und die Nummer 1 Eine Aufbewahrungsbox für Speicherkarten. Wenn man schon viele Speicherkarten besitzt, braucht man auch eine Box, um diese entsprechend gut zu lagern, um sie vor Staub und Kratzern zu schützen. Alle Links zu den Produkten findest du unten in der Videobeschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und bis dahin frohe Weihnachtszeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.